Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Trice of Mana. Wir sind in den schwersten Labyrinth des Spiels angekommen. Leider wirklich so. Wir sollten nicht runter gepustet werden, das sollte unser Ziel sein, nicht runter gepustet werden. Wir haben dieses Labyrinth ja schon mal geschafft. Aber wie wir genau gelaufen sind, weiß ich jetzt auch nicht mehr aussehen. Okay, den kann ich dann hier drehen. Oh, Schatz. Ein Fledermauscap, das ist doch bestimmt was für unsere Hexenkönigin hier. Ja, da freut sie sich. Okay, dann drehen wir einmal. Hier kann es ruhig rüberpusten. Die pusten uns nur gegen Gewand. Okay, wir sind durch. Einmal bitte Treppe erscheinen lassen. Danke, mein gutes Federviech. Ein neuer Weg ist erschienen. Es war... Wow, ich habe einfach die Nadel schnabel da direkt mit runtergezogen. Und so, ich habe ihn nicht seinen Schutz schon mal weggebombt. Hat der andere gerade Fernkampfwaffe gehabt? Hat der eine Pistole gezogen? Okay. Oh, Heilung. Heilung ist gut. Ja, speichern. Ja, wie ging mein Jahr dann weiter? Ähm, ja, im März große Eröffnung von allen möglichen Bayern. Fand ich richtig geil. Endlich wieder leben. Ähm, für Ostern hatte ich dann Corona. War allerdings die chilligste Krankheit, die ich jemals hatte und wofür ich sehnteuge lang krank geschrieben. War für nix. Er hat das übrigens gleichzeitig mit Markus Süder. Was ist das? Ein Mannerstein. Das ist der große Mannerstein. Das ist ein Mannerstein. Und zwar der erste, den ich je mit eigenen Augen gesehen habe. Wenn der dahinter eingesperrte Benovadonna befreit würde, wäre die Welt in großer Gefahr. Hör auf damit. Tut mir leid. Immerhin tun wir alles, was in unserer Macht stehende, um das zu verhindern. Na los. Chin. Ich muss irgendwo in der Gegend sein. Frische Frischsprünge hier. Frischsprünge in Richtung. Schauen wir uns das mal an. Ja, da gehen wir noch nicht hin, weil hier Wechsel von Klassen. Ja, nur 18 brauchen wir. Ja, wisst ihr, was wir haben? 25. Angela. So, Angela, versuche ich deine Klasse zu wechseln. So, Klasse wechseln. Wir sind jetzt noch ganz am Anfang des Baumes, aber jetzt können wir uns für eine Seite entscheiden. Also entweder die Zauberin oder die Mystikerin. Eine Klasse, die Zugriff auf eine Vielzahl von Zaubern hat. Zauberinnen können die Schwachpunkte ihrer Gegner mit verschiedenen Arten von Elementarenergie ab. Okay, das ist schon mal nice. Schauen wir mal nächste Seite. Erhöht 100% MP, den Schaden durch Magie um 15%. Ein magisches Herz erscheint und explodiert, wodurch der Feind Schaden erlernt. Okay. Ähm, ja, geht halt ziemlich auf den Angriff. Also von Ausbild her fände ich das Rechte schöner. Aber jetzt schauen wir mal. Mystikerinnen verstehen es gut, die Gegner zu behindern. Und wir wandern im Wirken von dunklen Zaubern. Sie können Fähigkeiten erlernen, die es ihnen erlaube, ihre eigenen TB aufzurauchen, um den Schaden ihrer Zauber zu erhöhen. Okay, bewusstlos. Hm. Okay, da geht irgendwie alles recht hoch. Ich bin trotzdem für die Zauberin geliecht. Ja. So. Steig auf. Also ich finde den Hut halt übelst hässlich, aber ich vermute bei dem wird sie ihn nie verlieren. So, jetzt haben wir eine übelst starke Ange da. Okay, ja. Ja gut, haben wir jetzt gar nicht leveln müssen. Haben wir vorhin schon genügend gelevelt. Hey. So, dann kommt der nächste, der hochsteigt. Der gute Hawkey. Oder Adlerauge. Versuche deine Klasse zu wechseln. Wie heiße ich? Oh, ob ich das hinkriege? Ultimage. Rik? Ryuk? Nein, Ryuk war falsch. Ryuk? 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 Ryuk was? Wir haben das mal geübt, Bernd Minish Cap, ich weiß es. Nee. Ryuk? Ultimator Ryuk? Ryuk? Wir kommen das nicht hin. Eine lustige und vielseitige Klasse Halunken können Magie einsetzen, um Status-Effekte hervorzurufen, um Gegner mit Fallen anzukracken. Darüber hinaus verwirren sie den Feind mit trickreichen Aktionen. Äh, schaust 10% nach Verwenden? Okay, ja, nicht schlecht. Du wirst zahllos ein Messer? Okay, ja. Da steigt irgendwie alles ein bisschen hoch. Dann haben wir hier den Gauner. Eine Technik basierend, äh, basierender Schwächungsklasse. Gauner setzen bestimmte Aktionen und Spezialeingriffe ein, die ihre Gegner behindern. Sie sind außergewöhnlich geschickt darin, ihre Kommentare hinten zu schwächen. Naja, sagt mir jetzt eigentlich nicht so zu. Okay, ja, also die Klassenangriffe, der wäre, glaube ich, cool. Aber ich bin tatsächlich für Halunken. Ich finde Halunken, glaube ich, ähm, besser, dass es besser passt. Real Talk. So, der sieht richtig glücklich aus. Der ist ja so ein kleiner Erik von, ähm, Ding von, ähm, wie hieß das Spiel? Dragon Quest. Ich habe Dragon Quest auch vergessen. So, ähm, ja, die Bilder sind da draußen schon wieder. Ich glaube, ihr hört das aber nicht so sehr. So, jetzt kriegt der Kevin mal ein neues Outfit. Wahrscheinlich können wir uns jetzt was zwischen Pink getigert und was anderes getigert aussuchen. Klasse wechseln. Schauen wir mal. Was kann der Gute denn? Ja, er hat wirklich einen pinken Outfit oder ein anderes Outfit. Sieht beide scheiße aus. Mönch. Eine ausgewogene Kriegerklasse, die im Einsatz von Heilmagie und im Kampf versierten Mönchen können sowohl sich selbst verteidigen als auch ihre Verbündeten unterstützen. Ich habe den als Camper gerne. Erhöhnt den Angriff, wenn ein Verbündeter bewusst auswiert. Okay. Was ist denn das? Eine Klasse bei der Ruhe, Stärke im Vordergrund steht. Rauchballer, deren Offensivfähigkeiten sie richten jede Menge Schaden an, wenn sie in den Kampf ziehen. Ja, ich möchte glaube ich einen Rauchballt haben. Okay, zwei Richtung Licht und eine halt Richtung Dunkel. Vor allem sieht er nicht mehr ganz so scheiße aus. Also ich weiß nicht, was die alle für Füte aufhaben, die halt komplett behindert aussehen. So. Aber wir sind jetzt stärker und jetzt können wir gleich mal Dinge verteilen. So. Jetzt sind wir alle hochgestiegen, jetzt können wir ein bisschen ausrüsten. Und zwar Fähigkeiten. Was hättest denn du gerne? Knappes in Kommen? Nee, Zauberabwehr vielleicht. Ähm. Magische Rüstung. Näh. Nehmen wir Zauberrückstoß. Ah, hier kann ich jetzt auch sagen, was sie für, ähm, ein Ort vertragen soll. Okay, ähm, dann machen wir bei ihnen mal weiter. Ähm. Kann ich das irgendwie sortieren? Auch noch nicht vergeben. Ja. Also Verstohlenheit. Erschwertgegnern ist anwesend. Ja. Hm. Nee. Ja, komm, nehmen wir mal abwenden. Nachttyp. Knappes in Kommen. Abfangen. Knappes in Kommen. Das wäre nicht schlecht, glaube ich. So, dann der Kevin. Komm, es ist auch schöne Sachen. Ja, aber dann wäre das auch nur länger da. Beteiligungsbereit. Bin ich schlecht. Was haben wir denn noch? Ähm. Irgendwider Rewardsschritt bewahren. Zurückfordern wir auch noch möglich. Okay. Ich möchte nochmal kurz speichern da vorne. Ah, und da sind ein paar Gegner. Die können wir natürlich kurz mal besiegen. Okay, ich nehme natürlich Kevin. Und die haben jetzt unten ein Strich mehr. Haben wir auch schon alles gehabt. So, wir speichern nochmal eine Runde. Haben nicht leveln müssen. Sind wir alle ein bisschen krasser unterwegs. Ich weiß nicht, was der Kevin da im Hintern hat, aber... So, jetzt wissen wir schon, wie wenig wir letztes Mal gelevelt haben. Nämlich gar nicht. So. Jetzt kommt ein interessanter Kampf, glaube ich. Ich glaube, der Gegner macht richtig scheiße. Ich glaube, es war nicht das Fliegeding, aber es war trotzdem nicht so geil. Aber wir haben ihn letztes Mal dann ganz leicht geschlagen, weil wir eben gelevelt haben. Chin steckt eine Schwierigkeit. Oh. Ähm, Chin. Wir müssen Chin irgendwie helfen. Offen. Lass ihn in Ruhe. Obsidianritter. Hm. Die weint sich nicht so freundlich an. Du hast bestimmt noch die Windstatue zerstört. Er ist weg. Da stimmt was nicht. Oh, was ist mit Chin? Ux. Also Elektra. Offen. Uh. Uh. Müssen wir das da besiegen? Offen in den Kampf. Was hat der Ritter gemacht? Ja, das da hat er gemacht. Hyrak Peter. Okay, das macht ein bisschen Wind und so und will mich gerade anwieschen. Okay, ich sammle mal kurz die ganzen Dinger hier ein, dass wir hier ein paar, ähm, Dinger machen können. Und die anderen können ruhig mal ihre Magie ausprobieren. Während wir hier Hark Peter ein bisschen, ähm, vermöbeln. Oh. Okay, wir müssen ihn nur schnell runterbumsen, bevor er das Ding hat. Okay, jetzt er liegt am Boden. Oh, das ist immer das Wichtigste gewesen bei diesen einen Gegner. Okay, ich glaube, das war ihr Angriff. Okay. Formose Faust, komm nochmal auf die Fresse. Ich weiß nicht, wo du gerade rumfliegst. Oh, nochmal. Nochmal. Okay, drauf, 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 Leute, drauf, 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 drauf. Ich weiß nicht, warum ihr wegrennt, wenn ich da gerade raufgehe. Okay. Okay, einen Schlag braucht's noch oder ein paar mehr, aber wir gehen mal drauf. Okay, wir haben ihn besiegt. War jetzt irrtchelig und immer noch kein Pokémon. So, jetzt komm, schlag, ich bin geflüchtet. Ja, wir haben immer noch kein Pokémon gespielt, aber ich hab privat ganz viel Pokémon gespielt. Uh, zwei Level, außer Kevin, der hat nur eins gekriegt. Ist alles in Ordnung? Chin, alles in Ordnung? Oh, heizt sie jetzt. Oh, wie siehst du gerade mit ihrer Hand? Jo, hast halt so... Blum. Chin, wir haben mal wieder hier hochgepusht. Okay, am Moment hat der Manusstand angeschafft und plötzlich war er hinter mir. Ja, der kann sich nur ein bisschen porten oder so, hm? Am Moment, war der Ritter den Manusstand freisetzen? Wittchen, wir brauchen deine Hilfe. Oh ja, das glaub ich auch. Ich verstehe, nun ja, ihr habt mein Leben gerettet, also bleib ich bis zum bitteren Ändern eurer Seite. Ja, gut. Okay, Windmagie. Hallo. Heute keine Party bei mir. Äh, dir nie. Heute, ähm, chillen. Okay. Ihr... Ihr kriegt erstmal eure Punkte hier. Drei Lärmpunkte hast du. Ja, bei dir werden wir jetzt weiter auf Geist gehen. Dass du Dinge machen kannst. Heilige Kugeln werfen kannst du so. So, bei dir gehe ich auf Stärke. Und bei dir gehe ich auch mal auf Stärke. Also, ich habe noch Panik, dass wir eventuell einen kleinen Kaktusfratz hier verpasst haben. Weil es war nur einer ganz anderen am Anfang. Ich glaube irgendwie, dass wir nicht mehr hatten. Weil ich habe dann, glaube ich, noch einen gefunden. Aber ich weiß das nicht mehr genau. Wir schauen uns mal noch ein bisschen um. Ich meine, ein bisschen leveln. Schade, dir bekanntlich nie. Ich glaube, zu den Heiligtum von Mana brauchen wir aber jetzt dann nur 30. Und ich glaube, wir kommen da jetzt dann ziemlich schnell hin, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, wir bekommen jetzt ernsthaft immer jeden Schlag ein MP zurück. Also, ich glaube, ich habe hier irgendwo diese süße kleine Kaktushani. Ich glaube, in diese Schlucht sollte ich vielleicht nicht unbedingt reinspringen. Achso, ich kann einfach vorbeilaufen. Ohne weitere Konsequenzen. Also, wie gesagt, ich suche eigentlich noch so einen kleinen Kaktus. Ich bette nämlich, dass er irgendwann da rumsteht. Oh, ich sehe gerade, wir müssen die Folge beenden. Dann machen wir mal in der Stelle den Quad. Und sehen uns einfach das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Tries of Mana. Bis dahin. Bye. 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 Bye.